Und damit hält dich willkommen zurück zu Final Fantasy Lightning Returns. Hope, halt deinen Mund bitte. Hope. Das ist nichts mit sich, Hope. Das ist ein helles Responsibility, um in charge zu sein. Wir haben eh schon keine Zeit, der Puffer. Dein Gegner. Wo ist der? Da. Ja, ein Gremlin. Au. Ich hab schon wieder vergessen, in welchem Knopf ich... Außerhalb des Kampfes ein Angreifer. Bam, bam. Sollte da unten die Dinger mal ausstellen. Cool. Noch mehr Gremlins. Boah, sind das viele. Ich glaub, das wird diesmal cool. Ähm. Was war denn da schon ein Knopf? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub ich hab Alzheimer. Ich vergiss jedes Mal aufs neue, außerhalb des Kampfes, wie ich jemanden anknallt. Weil unser Ziel war ja zu Gordon, Sumay zu gehen. Aber, ich weiß grad gar nicht, wo wir hier alle sitzen. Dann ist ja noch das andere Ziel. Und die 18.24 Uhr sollen wir ja... Reiseleiter. Genau, genau. Ach nein. Bei Kremlins kann man einfach hauen, dann muss man halt Geld machen. Ich habe eine Noten-Tasche erhalten. Jetzt können wir Klavier spielen. Cool, was ist das? Jetzt will ich gucken. Tastatureinstellung. Schlagen, hauen, verprügeln. Wo steht denn das? Ich sehe es gar nicht. Abbrechen, springen, stetigen Fältigkeit, Karte auf Ruhe, Kampf in die Tür wechseln. Eingreifen mit U. Geht doch. Hallo Drohne. Ist stark. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Alter. Weil wir brauchen auf jeden Fall... Wir dürfen auf jeden Fall nicht nochmal eine Zeit in Detention machen. Weil wir wollen ja teleportieren zurück. Weil wir hatten ja nicht nur das hier. Sondern wir hatten ja noch etwas. Und zwar... Hier sollten wir um 18 Uhr am Industrietor sein. Wegen der Schmuggel-Aktion und dem Ticket. Aber dann war ja in Luxario noch was. Das war glaube ich um Mitternacht, oder? Ich guck kurz auf meinem Zettel. Südbahnhof Mädchen Luca, 16 bis 21 Uhr. Vier Tage besuchen. Müssten wir heute auch noch machen. 11 bis 17 Uhr... Achso, hier! Hier, wir wollten Noelle ja noch besiegen zwischen 0 und 6 Uhr. Also wir haben noch einiges zu tun. Alter, 91 TP! Was ist das denn? Was ist das denn? Bei 1.90? Nein. Nicht heilen. Wo lauf mich eigentlich grad hin? Hier geht's im Grunde, wo... Das ist ein Nirvana. Deshalb würde ich sagen, laufen wir grad wieder zurück. Aber das ist jetzt so eine kleine Kampfpassage hier hinten. Aber wir wollen ja in die Stadt. Wir wollen zu Gordon Goumet. Hier links kommen wir nämlich noch nicht rein. Das ist glaube ich nämlich da, wo wir erst heute Abend reinkommen. Hab ich gern gesperrt. Hätte ich jetzt nicht getan. Ja, da hat's... ...somthing to show me. Gattis zu mir. No, that's not what I'm after. You know? And if you don't know, then get out of here. No one authorized parties allowed in here. You get me? Wir haben noch kein Ticket, Leute. Wir können hier noch nicht rein. War gut, dass wir schon mal hierhin gegangen sind, weil dadurch... ... ist der Hinterangang quasi frei. Ach, kleiner. Ja, da muss man aber auch treffen. ich habe aber auch ein talent mich jedes mal zu verlaufen wir haben keine zeit lass mich doch in ruhe es verfolgt mich immer noch das ist ein blöder krim, der uns die ganze zeit verfolgt hat unfassbar der wollte es aber unbedingt wissen wir bräuchten mal mehr geld, dass wir ein bisschen unsere blitze auf blitzrahr bekommen und eisrahr und so was scheiße den wollte ich doch gar nicht herausfordern weil der so stark war irgendwas war da ich kann mich erinnern ja aber der hat nämlich so ekelhaften schaden ich glaube wir werden sterben wir müssen auf jeden fall in der attacken und in der ausrüstung noch mal was ändern weil ihr seht ja diese vögel hier die leben uns auseinander das ding ist verloren keine chance keine chance obwohl der kampf war nicht so schlecht war ich könnte jetzt derzeit in der zu machen aber dann kann ich nicht mehr teleportieren das ist das problem erzengel das könnte ich auch machen ich selber problem denn lieber jetzt hier eine stunde verlieren anstatt diesen kampf erbrechen zu gewinnen du kannst mich in ruhe lassen ich mag dass der bei uns zu wappeln muss ähm schlemmerviertel war das glaube ich gourmet gourmet meister schlemmerviertel genau jetzt gleich nach rechts die richtung wo ist denn dieses monster wo geht sie eigentlich hin hauptstraße vergnügungsbrücke ja da geht die hauptmission dann los genau da wollen wir auch noch hin wir haben hier so viel zu tun leute wir haben wirklich so viel zu tun aber wenn wir jetzt da unten zum palast kommen da kommen wir noch nicht rein das ist das problem deshalb ich würde mich erst gerne mit gordon zu gordon gehen gordon ein bisschen spaß haben hallo das ist eine katze wo ist sie denn katze scheiße ein felix weil wir müssen sowieso gleich ein felix besiegen mit gordon da passt das echt gut dass er grad hier ist hätte mir nämlich schon mal was für die missionen getan weil bei gordon bekommen wir dann später noch den auftrag dass wir von felix mich bei die bett kommen wir wollen die gibt es halt nur bei felix da wird es wichtig sein felix auch zu besiegen felix das kann so net sein ich meine felix 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 ich möchte mit dir reden Teufelsbrot ist nicht der einzige Ich würde ehrlich gesagt gerne zum Crema Aber das macht mich jetzt gerade ein bisschen baff ehrlich gesagt Wenn wir nicht mal einen Crema besiegen Einen Crema besiegen, einen Felix besiegen Ach das sind Chocobo Mädchen, das ist ja gar nicht Chocolina Hier ist der Crema Aber wir brauchen jetzt erstmal ganz viele Heisen Also das war jetzt wirklich nicht gut heute Zweimal verloren Aber wie auch noch Fisch ist gut für den Body Ich muss gucken wo Gordon ist, da können wir jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren Gourmetplatz, Treppen hoch zu Gourmet Gourmetplatz Gourmetplatz kin Den Harbourиц Den Sieht, ja genau Den haben wir beim letzten mal angesprochen, genau Und in der Nähe von Sieht, die Treppen hochgehen sie Geh doch mal weg Hier muss es jetzt sein, hier in der Nähe Gordon! Wo ist denn Gordon, Alter? Er ist also rum und find Gordon nicht. So einen feuchten Dresen, dazu sag ich jetzt auch nichts. Uuund, ja super. Ist immer nämlich schon zu spät. Eingang Palast, spätestens 17.30 Uhr vom Bahnhof. Und beim 18.00 Uhr muss man im Industrie-Tor sein. Für die Schmuggel-Aktion. Also sind wir jetzt schon wieder zu spät. Können wir das halt nur abmachen? Ich würd sagen, wir laufen jetzt trotzdem hinten an der GEMA um 0 Uhr. Um 0 Uhr gehen wir auf jeden Fall nach Luzerion zurück. Äh... Ich würd gern rennen. Hier oben ist der Zug und dann ein Stück zurück und dann nach links. Oh, das ist dieser Zeitdruck jetzt aber auch echt kacke. Ich mein, das macht's einzigartig, aber... Wenn man jetzt so blöd zweimal stirbt, direkt die Zeit fehlt einem. Und man will ja wirklich... ...viel machen, viel zeigen und... Warte. Ich steck dir da fest. Aber hier ist jetzt Gordon nicht, oder? Das wäre geil, mich jetzt, dass Gordon hier nirgends war. Mann! Steck dir da fest, die ganze Zeit! Wer bist du eigentlich? So, weg dahin. Der ist aus dem Nichts gespawnt vor uns gerade. Mit dem Betröme da. Das wäre jetzt wieder das Felix, aber das... Moment, ich weiß nicht. Lauf mal richtig. Nö, wir müssen mich nach runter, Leute. Mann. Aber die Stadt sieht geil aus. Mann. 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 Ansonsten machen wir jetzt hier ein bisschen weiter, damit wir weiterkommen, weil ein Willküm auch morgen ausgespielt wird. Hilder. BATS! Ich habe jetzt nur Angst, dass wir jetzt die Gäden auch noch verlieren. Der kacke, dass er denn die ganze Zeit heilt. Hör auf, du Pudding! Ich gebe dir gleich Rettung. Ja, Mann! Ja, Schock! Sehr schön! Frau, die sich als Erlöserin ausgibt, Merkmale, rosafarbene Haare, vergehen Anschlag auf Lord Snow. Verrat! Ordenskommando für allgemeine Sicherheit! O-A-C-S! Verwaltungsbesicht! Just now! This area! Hallo! Ja! Probleme? Wie es weiter geht's, sind wir im nächsten...